Was geht ab, Leute? Euer Frapsis hier. Heute wieder mit einem neuen Video. Wir checken auf jeden Fall den Fortnite-Gegenstand-Shop vom 28.01.2021 ab. Der Chat ist natürlich auch am Start, da wir live auf Twitch sind, also kommt gerne mal rüber und checkt das Ganze aus. Link unten in der Videobeschreibung. Ich denke mal, dass wir auf jeden Fall noch ein Stückchen live sein werden. Guitar Roleplay wird gezockt. Bisschen Action hier, bisschen da, bisschen chill. Mal schauen, was wir auf jeden Fall machen werden. Ich küss all eure Herzen. Wir checken jetzt ab, was heute in den Shop kommt. Let's to them go. So, und ja, ein paar Sekunden haben wir noch. Dann können wir chillen. Jetzt können wir uns das anschauen. Let's go. Wir haben interessante Sachen wieder zurück. Und zwar nach meiner Meinung nach ein bisschen längerer Zeit. Also nichts Kurzes oder so, sondern schon wirklich nach ein bisschen längerer Zeit, weil die Skins hier oben habe ich länger nicht gesehen gehabt. Aber was auch immer, fangen wir doch mal hier unten mit dem Banjo-Emote-Grübeln an. 500 V-Bucks zuletzt von einem Monat drin gewesen und dreimal insgesamt im Shop. So, wir haben orbitale Ladung am Start. Ja, was soll ich euch sagen? Freunde, Musik ist nicht mein Ding so. Hier im Spiel habe ich immer Musik aus. Deswegen würde ich euch das Ganze ehrlich gesagt nicht raten. Safari ist zurück und 2200 V-Bucks. Nach 51 Tagen und neunmal insgesamt im Shop gewesen. Wir gehen weiter zu Aufheulen. Nach 19 Tagen zurück und 15 Mal im Shop. Wir haben dann hier drüben die Wüsten-Dominiererin für 800 V-Bucks. Zuletzt vor 53 Tagen drin gewesen und 10 Mal im Shop. Dann haben wir Bernstein nach 104 Tagen zurück und das zweite Mal im Shop. Ich persönlich finde die Lackierung nicht so nice. Fühle ich einfach nicht. Muss jeder natürlich am Ende des Tages selber wissen. Kommen wir jetzt hier zum Say-So-Emote. Nach einem Monat zurück und 5 Mal im Shop. Ich dachte vielleicht ein bisschen länger. Habe ich mich wohl ein bisschen vertan. Ist doch alles easy. Pit Stop, Sturmraser und die Spitzsacke High Octane. Alles wieder zurück. Ehrlich gesagt, die weibliche Version hier von dem Skin ist unnormal sexuell erregend. Kann man also so mitnehmen, würde ich sagen. In der Standard-Version oder in der Lilian-Version. Zuletzt vor 35 Tagen drin gewesen und 4 Mal im Shop. Wir gehen dann rüber, Freunde. Wir haben hier Sirene. Rock haben wir auch nochmal am Start. Und Exitus-Exte und Reflex-Klingen. Ihr seht selber, Freunde. Wenn ihr Bock habt, warum nicht? Ich persönlich feiere das Ganze nicht. Zuletzt vor einem Monat drin gewesen und 9 Mal im Shop. Wir switchen natürlich in den Ready-die-Welt-Modus und schauen uns dann dort nochmal an. Perfekt. Ich gehe auf jeden Fall auf Ehrenbruder-Basis in den Battle Royale-Modus wieder zurück. Weil das Ganze verbuggt ist. Immer wenn ich nach links klicke, geht der Ehrenbruder nach rechts. Aber alles easy. Wir schauen uns jetzt das Ganze mal an. Ab in den Ready-die-Welt-Modus. Bald 1000 Tage eingeloggt, Digga. Mir geht es gar nicht gut. Ich sage es euch, wie es ist. Digga. Seit über 1000 Tagen mache ich schon hier die Shop-Videos für euch. Kuss, kuss, kuss. Im Lama-Shop, meine Freunde, haben wir auf jeden Fall das Fernkampf Waffen-Lama für 200 V-Bucks. Im Gegenstand-Shop ist hier auf der rechten Seite eine kleine Aktualisierung. Aber in diesem Sinne auch nichts Interessantes. Und das, meine Freunde, soll es auf jeden Fall ein Video gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, dann ist es mir ein Daumen nach. Vergesst auf jeden Fall nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Ich würde euch auch einen Daumen nach raus. Und würde sagen, Freunde, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, geht mit dem Feuer. Fraps und ciao. Bis später. Bis später.